Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Raft zusammen mit Apfel. Hallo. In der letzten Folge haben wir die Schmelze gebaut. Und diese Folge wollen wir zu der Insel nach vorne, weil die sieht irgendwie komisch aus, wie ich finde. So, wir brauchen nen... Scheiße. Ne, wir können doch nen Anker machen. Was machst du? Nein, wir können keinen Anker machen. Oder hast du noch nen... Hast du noch nen Stein? Ich hab noch zwei Steine. Boah, Gott sei Dank. Kannst du mir die geben? Ich fühlte es über Tage gar auf einmal zu spiel, kurz gehagen und dann liegt da auf einmal so ein Kopf. Ach, unter dir. Das hab ich gemacht. Äh, warte? Hä, das ist sogar noch das Fleischchenkneider, wie niederlich das ist, wenn du den sagst. Der Wind hat gedreht. Egal. Ne, ist nicht egal. Paddel, 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 paddel. Ich hab ein Paddel, drauf kannst. Paddel, paddel. Wohl. Wohl. Okay, ne, das ist okay. Ja, ich hab ihn unter und zu der... Also, der Ding hab ich ne Band abgestellt, wo die Rezepter ran gab. Nice. Die geht auch überhaupt nicht im Wegen, dass ich das gerade rausgenommen habe. Mein Gott. Leg dich doch einmal nicht auf. Meine Fresse. Ich kümmere mich hier um Kupfer und Eisenbahn. Was machst du? Brauchst wir acht jahre... Ja, bis zum letzten Projekt gemacht. Brauchst wir acht Jahre, bis du überhaupt auf dem Server bist. Ach, die Jahre, Alter. So haben wir ein paar Sekunden und... Ja, was soll ich für ein Gerücht? Guck dir die Inser an, die sieht doch nicht normal aus. Die sieht echt komisch aus. Das ist sicher ne neue. Das ist ne neue, die ich will versehe. Wow. Warte, 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 warte. Ich nehm diesen Drecks-Helm jetzt, also diesen Drecks-Hai-Kopf jetzt ab, weil der stört übel. Willst du ihn haben? Nee, danke. Warte, 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 warte. Geh mal her, geh mal her, ich steig dir, weil ich mich dunkel bin, ey. Fuck. Ah. Hier? Warte, danke. Nee, warte, warte. Das ist gerade ein Ding, was aus dem Wasser aus. Wir müssen so nach ran, dass es uns Teil nicht dauert, nämlich. Oh, perfekt, hier gibt's wenigstens wieder was zu holen in der Nähe. Ja. Ja, komm, ich kann's hier. Wie sieht das... Das sieht dann übertrilling aus. Also so dumm sieht's gar nicht aus. Ja, mir kommt dann nochmal zum letzten Kram vor allem, dann weißt du nicht, in der Bank. Yo, der Hai war einfach jetzt schon bei mir. Ich hab mittlerweile auch mal ein Symbol bei den Bäumen, die man aufbauen kann. Ey, diese Dreckzeit kann er mich nicht bitte einfach in Ruhe lassen. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? 2 Bäumen? 2 Bäumen, nice. ich finde es ein bisschen unrealistisch dass es nichts unter wasser gibt was man abbauen kann was einem plastik gibt brauchen wir überhaupt noch tun er lenkt immer ein bisschen das sieht aber fast tot das sieht aber halb tot aus ich glaube gerade brauchen wir überhaupt keinen zogen ja was heißt gerade gar nicht ich weiß nicht ob irgendwas mit der aptik kommen muss wo kam der her ja ich glaube lange müssen wir den nicht mehr wussten er kommt gleich aus dem boot wie gesagt ja ich glaube es auch ich bin glaube ich einmal getroffen weil er das blut gespritzt das war meins oh wie geil ich geh mir mal die Kartoffel hier ich will einfach nur im Sekundentakt oh mein Gott wie geil ey weißt du was das heißt oh mein Gott hier fahren wir hier durch haben wir ich habe mein Haken ist aber gleich tot tot? ja kaputt wie man es halt sagen will soll ich nach Ton und Sand einfach suchen und strengen und müssen es nach Eisern gucken ich würde sagen jeder baut einfach das auf was er findet ich habe jetzt gerade eine 3 Kupferader hakt mir toll jetzt hakt mir toll jetzt puh knappes Ding fast wäre ich ertrunge ey besser hätte es jetzt im Haken zu können oh nee mein Haken ist kaputt ey ich glaube hier richtig viel Eisen äh wie viel kostet ein Haken zwei Kunststoff zwei Kunststoff wenn die zwei Kunststoff haben wir ne wir haben nicht mehr genug Schrott für einen guten Haken egal ich mache mir einen schlechten ja Schrott die bist du ja eh genug ich kann mit nem schlechten Haken leben die Kupfer wäre jetzt noch schön ich habe drei Kupferwaren abgebaut aber was wir brauchen ist äh so Schliere was glaube ich eigentlich so ähm ähm Pflanzen Algen äh Algen genau so wie lange dauert es so ungefähr bis der High Response keine Ahnung sieh mehr mehr als erstes der Geschwister wird so ich hab hier nochmal drei Essen ja haben die dann äh haben die neue Sachen zu formen äh weiß ich gar nicht ich ich bin glaube ich bei Pflanzen wo man eigentlich kommt da wie da sind keine dran ne ja ich hab das selbe Problem ja auch nix wo ich anzeigen würde dass man sich nehmen könnte doch hier oder eh versieht ok perfekt ist wichtig ja das leuchteteller als das andere oh gott ich ersticke ersticke boah so so es wird dunkel heißt es kommt gleich da ja ja ich hab auch das Gefühl dass sie gleich wieder da ist mit dann die 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 Der Hei ist da, der Hei ist da. Okay. Da werd ich ihn schon wieder beißen. Aber ich find der Meinung, wir haben gut sowas weggefahren. Ich hab noch 3 Kupfer und 6 Eisen mitgenommen. Und bin jetzt am verhungern. He. Kannst du Haifleisch drauf brauchen? Natürlich. Ich hab den auch am verhungern, hab ich den auch. Eine Mango oder so? Nee, hab ich nicht. Das ist ne Melone. Wie konnten wir die Melone überziehen? Ist das ne Melone? Ja, da war ne Melone, ja. Die Wassermelonsamen haben ein neues Aussehen. Schau den Mann. Ich hab die hinter dir hingelegt. Oh, warte, warte, warte. Hä? Hä? Da steh ich einfach zweimal drauf. Äh, guck dir, Mann. Hast du die Melone jetzt gegessen, oder? Nee, hab ich nicht. Kannst du die gern haben. Das sind halt die Samen. Das sind doch jetzt. Jo. Okay, dann hast du das vielleicht geschaut, oder? Äh, ich kann, ja. Gerne. Dann fahren wir jetzt weiter, oder? Also. Ich weiß noch nicht mehr aus welcher Richtung. Wir kommen, wir müssen sicher in die Richtung. Ich hab hier schon wieder gesetzt, oder? Ich lichte den Anker. Oh, dreckig. Ja, solange es nicht zu unseren Kartoffeln geht. Wait, da fehlt ne Kartoffel! Oh mein Gott. Die hab ich, die hab ich schon, äh, aufgekommen. Wollt grad schon sagen. Im übigen Fall wird die Wassermelonsamen nicht. Ich find die voll geil. Ich hab eher das Gefühl, wir könnten, wir könnten ein riesen Problem kriegen, ne? Weil wir zu wenig Holz haben. Ich hab zwei Bäume abgebaut. Ach, ich hab mir noch ein Steher machen müssen. Ich hab nur noch eins. Ah, verdammt. Ich hab, äh... Fleisch ist fertig. Du hast noch ein Holz? Jo. Ich hab drei. Wir haben ein riesen Problem. Wir müssen fahren. Auf dem Meer hier. So viel Holz wie möglich raus holen. Okay. Wir sollten dann jetzt erstmal nichts braten. Sagte er, während er Wasser vom... ...äh, der Wasser vom Ofen nimmt. ...äh, der Wasser vom Ofen nimmt. So. Noch ein Liedsatz hängen. Ey, diese Wand war so ne Verschwendung. Wie viel kostet der Wasser... ...äh, der Wasser, ähm... ...kocher, wollte ich jetzt sagen. Der Wasser trinkbarmacher, der kein Holz mehr braucht. Können wir den überhaupt schon machen? Das war jetzt ein perfekter Satz, ey. Ähm, lass mich machen. Ne, können wir nicht. Was fehlt uns denn, um den zu erforschen? Wollte ich auch gar nicht schauen, aber dann... ...ich wurde abgelenkt. Äh, uns fehlt Glas. Ah, ja. Woher kriegen wir Glas? Okay, ich muss meine letzte Planke hernehmen, um das Fleisch zu verraten. Oh, Gott. Was sollt'n wir von so einem Pipo machen? Ich kann hier schon die ganzen Reformen. Ja, ich hab Reformen. Ich lass' ich einfach mal den Haken ein bisschen rausgehen. Oh, ne. Woher kriegen wir Glas? Was? Woher kriegen wir Glas? Weißt du das noch? Äh, finden wir, glaube ich... Also es ist nicht wie im Minecraft, dass wir, äh, Sand schmelzen müssen. Wollte ich grad sagen, ich bin mir gar nicht... Vielleicht geht's, ich weiß nicht. Okay, ich hab wieder vier Holz, ne? Ich hab noch drei. Nein! Nein, mein Spiel ist kaputt! Oh Gott! Oh Gott, noch abgewildert! Oh, das ist ja schön, das Vogel! Nein! Ich bin jetzt echt gleich aufgehoben. Oh lol, dann, äh, nimm's ja! Ich hab's schon, aber der Helmut, äh, sterben. Jetzt hab ich meine letzten... Ich hab meine ganzen drei Planken, ne? Äh, zum Essen draufgelegt. Warte, wie lang gehen die Folge schon? Ja, 13 Millionen. Okay, ich hab noch mal vier Planken, ne? Alles gut! Oh, nice! Ey! Was machst du? Was war das jetzt? Okay! Ich wollt grad durch die Pflanzen gehen, in dem Moment kommt die blöde Wirbel da her, Alter! Frisch zieh und fliegt ins denn wieder nach vorne, Alter! Man, man kann's dann schmelzen. Ah, okay. So was lernt man, als Minecraft-Player. Ja. Wie man... Hä? Wie überlebt man auf offener See? Ah, fuck. Das ist Minecraft, ähm, geil, Alter. Nein, verbiss dich von meinen, von unseren Kartoffeln! Ich hab keinen Speer mehr und ich werd mir auch keinen Craft vorher erst. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier... Hä? Ich schütze einfach weg. Ja, ich kenn das! Das passiert mir auch so oft. Ich vergessere, ob ich jetzt, äh, frisches Wasser oder... Meerwasser im Becher hab. Ja, ich hab wieder zwölf Flanken. Nice. Aber zwölf Flanken sind halt nichts. Okay, zwölf Flanken. Und wir haben Glas! Nice. Dann erforsch mal. Ich erforsch, das hast du noch nie zuvor gesehen. Boom. Da ist er, unser Wassertrinkbarmacher. Ohne Holz. Okay, was brauchen wir? Vier Glas. Nice! Ich hab drei Sand! Das sind doch die eine, Christoph. Oh, Gott sei Dank! Das wird jetzt grad noch so gefehlt. Dann wird das unser Ziel für die nächste Folge. Ja. Boah, Alter, mega leck. Boah. Uh, nimmst du die rechte Kiste, dann nimmst du die linke. Ach so, ne? Das ist ein Fass, Alter! Sorry, Alter, für mich ist Fass und Kiste dasselbe. Ja, mit zwölf. So, drei Planken nochmal bekommen. So mach ich das. Erstmal nochmal zwei Planken in unseren Ofen reinballern. Dann nochmal drei Planken draufballern. Das Wasser ist fertig. Kann ich die Tür bauen? Ja, bitte. Ja, wir könnten mal anfangen auszubauen. Hau mal raus. Haben genug Holz. Oh Gott, ich reparier mal unser Vogelhaus. Nein, das ist for real. Das war auf fünf Prozent. Ja, wir müssten auch mal schauen, ob wir noch mal ein neues Lager machen. Obwohl, gerade geht's noch. Ne, hab ich mir eingebildet. Ich bin aufmerksam, dass sie in der Hand sind. Ich bin aufmerksam, dass sie in der Hand sind. Da sind Möbel und Abendlug. Die Kreise schon wieder über uns. Ich mach uns halt mal. Hä? Wieso ist das nicht fast kaputt? Da ist ne Insel. Da ist ne Insel. Ich wusste es. Siehst du, dass du vorne... Das sind reich. Sieh, ich seh. Was schaust du hin? Hey, warte, 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 warte. Apfel. Da ist das auch geändert. In unserem Nest. Nein! Nein, das hab ich grad repariert. Guck hier, komm hierher. Apfel. Nein, das hab ich grad repariert. Nein! Ich hab das grad noch repariert. Wir brauchen nen Anker. Der war haupt zuerst. Weg von meinen Kartoffeln. Ähm, was brauchen wir für nen Anker? Mein Gott. Jogi, wir brauchen nen Anker. Schau, fuck. Alles gut. Alles gut. Hast du einen? Ne, aber alles gut. So. Ich hab, ich hab alles. Ich hab alles. Richtig. Sieh, alles gut. So, aber ich würde die Folge hier beenden. Lass doch nen Like und damit, wenn es euch gefallen hat. Und schau doch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir wieder weiter krasse Abenteuer erleben. Oder weiter versagen. So kann man es auch sagen. Ich hab mir mal das Chicken-Win gegönnt. Falls du noch was hast, kannst du draufballern. Der kann auch noch einen Chicken-Win. Perfekt. Und, ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.